hallo zusammen hier geht es zum lagershop hier geht sie treppe hoch und hier ist aufgezeichnet wie an sich ein auto funktioniert man sieht schlecht weg dem müsst ihr vorbeikommen wir haben hier den motor die starter batterie trennrelais ladebooster die aufbaubatterie regler solar ladegerät die verbraucher drüben geht es los mit dem wechselrichter was da kommt kaffeemaschine ebay kocher boiler aber die wichtigste frage steht hier oben wie viel verbrauch habt ihr wie lange wollt ihr autonom die lademöglichkeit motor solar oder netzstrom hier auch im aufgang sind die solarpanels verschiedene hier muster ob ihr trennrelles braucht gitter splitter für solaranlage sicherung sicherungshalter bei ihm panel auch trennrelles klemmen licht einsteuerung das sind alles lampen und hier geht es weiter bis zu solarregeln haben wir hier ihr kriegt eine beratung wir machen solaranlagen jetzt seit 40 jahren oder so also da hat sich schon was geändert aber wir haben die ware am lager solar batterien ladegeräte kabel also unser lager shop ist geöffnet und jetzt am samstag den nächsten samstag sind wir auch wieder da und unten verlinke ich euch natürlich was wir und unten verlinke ich euch die homepage mit der startseite wo immer steht wann wir offen haben vor allem welchen samstag dass wir offen haben hier oben mache ich euch ein video über eine alphütte was braucht ihr in dieser alphütte oder gartenhäuschen an solaranlage dass ihr einen kühlschrank betreiben kühlschränke haben wir sowieso und ich wünsche euch wieder viel sonne und einen guten sommer